Die Berliner in der Defensive gut stehen, ihm wenig Raum lassen. Beiler technischen Brillanz. Heisenberg liefern hier bisher ein perfektes Auswärtsspiel ab, aber Furchtler! Macht das 1 zu 0! Und wir haben vorhin drüber gesprochen. Und er hat gesagt, ich will mich hier verabschieden. Mit einem Sieg, mit einem Tor. Und zumindest mit dem Treffer hält er dort. 42,18. Der Bann ist gebrochen. 1-0 Köln. Fünftes Playoff-Tor von Sebastian Furchtler. Da waren sie einmal offen, die Raumaufteilung hat nicht gestimmt. Der Pass kam rüber. Und Furchtler mit Tempo über die Fang an von Sepp. Und das Kmesons-Team gelingt zum ersten Mal in dieser Finalserie das 1 zu 0. Köln.